hallo okay ich übrigens ich stehe hier tatsächlich gerade um mal sanft über zu blenden von angelina jolie am kotzügel beziehungsweise auf der kotz wiesen das ist ja eigentlich genauso eine schöne tradition wie diese wiesen selber wer nicht mehr kann legt sich hier auf die wiesen und wir sehen einige menschen dort liegen auch hinter bäumen versteckt und diese wiese war wir dachten schon die würde dieses jahr keinen erfolg haben weil es einfach die ganze zeit geregnet hat aber man sieht die menschen mehren sich die hier einfach liegen touristen kommen vorbei machen lustige selfies mit ihnen und wenn das wetter richtig schön wird dann wird diese wiese wirklich voll sein mit schnapsleichen und wie ich das gerade so richtig gesehen habe hier ist ein tross polizisten mit einem kamerateam vorbeigelaufen die sich königlich amüsiert haben darüber übrigens vielleicht sieht man es da wartet da oben sehr sehr schön ich gehe mal ein bisschen näher ran versteckt hinter den bäumen liegen einige opfer die polizei nimmt das nicht ernst aber die security kommt hier regelmäßig vorbei und guckt ob es den leuten auch wirklich gut geht gerade eben hat noch ein pärchen hier rumgeknutscht das ging bis auf den bh und auch da ist die security eingeschritten die wohl order hat hier ein bisschen mehr verordnung zu sorgen als in den letzten